Fünf Dinge in Minecraft, die einfach nur geil sind. Und zwar kann man hier so einen Kreis machen. Mit Bienen. Das hier soll eine geile Mob-Farm sein. Oh, okay, ich verstehe. Oh mein Gott. Alter, das ist ja so cool. Das hier soll tanzender Sand sein. Okay, hier steht einfach nur Bounce. Oh, ja, okay, das war schon cool. Eine Minecraft-Welle. Oh, wie cool.